Bistagrund Max Christiansen und Jolie, Doppelpasst mit Vogels, aber das sieht gut aus, super gepasst auf Jolie im Strafraum, Lee, zurückgelegt auf Max Christiansen, Max Christiansen! Super gespielt, mit Yannick Dehm nochmal mitgenommen, erst mal Idini dazwischen, aber zweiter Ball weiter bei 96. Kurznachrichten, im Trainingslager ist es ja immer nicht das wirkliches vom Tage, sondern es ist der Trainingslager. Faul an, man holt sich gut den Ball, zu Lee, könnte links, ihr seht mit dem, zieht aber einfach mal drauf, der rechten Flügel hat jetzt nochmal ein bisschen Platz, Samoroja zurückgelegt und Lee! Oder sicherlich nochmal einen Kaffee, ja aber warte mal, zwei, drei, Jolie, verlagert, zu... ... ... ...